Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Corona-Lockdown-mäßig werden sich ja wahrscheinlich einige jetzt eine neue Pfeife geholt haben. Ich habe meine Community gefragt, was so die häufigsten Anfängerfehler waren, was die besten Anfängertipps waren und was die besten oder die häufigst gestellten Fragen von Anfängern zum Thema Shisha waren. Die habe ich rausgesucht und die will ich heute ein bisschen mit euch durchgehen. So, da sind wir wieder mit dem Video. Wie gesagt, heute soll es um die 10 häufigst gestellten Anfängerfragen geben und die Antworten darauf natürlich. Diese Fragen sind von Instagram, aber auch aus dem Livestream. Ich streame in der Regel drei oder vier Mal die Woche live hier auf YouTube. Da könnt ihr sehr gerne mal abends vorbeischauen. Ist eigentlich immer ein Tag im Voraus der nächste Stream geplant. Schaut da einfach mal auf dem Channel. Meistens ist es aber dienstags, donnerstags und sonntags. Aber das kann abweichen, je nachdem, wie ich gerade Zeit habe. Aber da können wir die Fragen auch einfach live immer klären. Ich habe trotzdem gedacht, ich suche mal die 10 häufigst gestellten Fragen raus und packe die trotzdem nochmal in ein Video. Wir werden mit der am 10. häufigst gestellten Frage starten, bis hin zu der Frage, die ich mit Abstand am häufigsten höre. Eine Frage, die super oft gestellt wird und die erste auf unserer Liste ist, was kann ich machen, wenn mir vom Shisha rauchen schlecht wird? Im Grunde gibt es da mehrere Sachen. Ihr solltet auf jeden Fall gegessen haben. Ihr solltet was zu trinken dabei haben. Vielleicht im besten Fall sogar irgendwas mit Zucker. Also eine Cola, eine Fanta, was ihr halt gerne trinkt. Vielleicht einen Eistee oder einen Tee. Wie gesagt, was euch beliebt. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Kohle in einem anderen Zimmer anmacht und nicht da, wo ihr dann auch Shisha raucht, weil beim Anzünden entsteht super viel Kohlenmonoxid. Das könnte sehr ungünstig werden, könnte dazu führen, dass euch schlecht oder schwummrig wird. Also Kohle auf jeden Fall in einem anderen Zimmer anmachen. Und was auch ganz wichtig ist, ist ordentlich Frichtluft. Was auch helfen kann, ist, wenn ihr nicht die ganze Zeit da seht, zieht, pustet, zieht, pustet, zieht, pustet. Ihr könnt das mal ausprobieren. Haltet mal die Luft an, bis ihr das Gefühl habt, ihr müsstet atmen und zieht dann mal an der Pfeife. Und ihr werdet merken, obwohl ihr kaum Sauerstoff bekommt durch das Ziehen an der Pfeife, geht dieses Gefühl von, ich muss atmen, ein bisschen weg. Ist eher erschreckend, aber ihr solltet darauf achten, dass ihr genug Sauerstoff bekommt, indem ihr ein Fenster offen lasst. Und ihr solltet darauf achten, dass ihr nicht die ganze Zeit hier Marathon raucht, sondern auch mal zwischendrin ein bisschen durchatmet. Gerade wenn ihr irgendwie in der Vergangenheit schon mal gemerkt habt, dass euch da relativ schnell schlecht werden kann. Ansonsten das Letzte, was man noch dazu sagen muss, ist, Nikotin ist ein Nervengift. Nicht nur das, es ist auch ein krass abhängig machendes Nervengift. Also überlegt euch gut, ob ihr überhaupt mit dem Rauchen anfangen wollt. Setzt euch vielleicht sogar direkt Limits. Ich rauche nur zwei Pfeifen die Woche. Bei manchen klappt das besser, aber bei manchen klappt das nicht so gut. Zugegeben, ich rauche ein bisschen viel. Ich bin vielleicht die falsche Person, um sowas zu erzählen. Aber just saying so, passt auf, Nikotin macht krass abhängig. Also wenn ihr da Angst vor habt, setzt euch ein klares Limit und haltet das auf jeden Fall ein. So, die zweite Frage auf unserer Liste ist, wo muss die Kugel rein? Ein Thema, das für Shisha-Raucher, die schon länger dabei sind und schon ein paar Pfeifen hatten oder so, selbstverständlich wirkt. Also jeder weiß das dann eigentlich. Trotzdem ist es eine Frage, die für Anfänger nicht immer so klar ist. Wenn ihr eine Pfeife mit nur einem Anschluss habt, dann stellt ihr euch die Frage natürlich nicht, dann ist das ganz klar. Beziehungsweise doch, eigentlich muss man trotzdem kurz drüber reden. Dann muss die Kugel auf der Seite sein, wo ihr den Rauch auspustet und es muss keine Kugel in eurem Anschluss sein. Ein kleines bisschen komplexer wird es, wenn man eine Vierschlauchpfeife hat. Bei einer Vierschlauchpfeife habt ihr vier Anschlüsse. In der Regel kommen die mit vier Kugeln bereits in den Adaptern. Wenn ihr mit mehreren Leuten raucht, muss auch in jedem von diesen Anschlüssen eine Kugel drinne bleiben. Wenn ihr alleine raucht, könnt ihr aus dem einen Adapter, an dem euer Schlauch drankommt, die Kugel rausnehmen. Heißt, wenn ich jetzt meinen Schlauch hier dran anschließen würde, könnte ich aus diesem Adapter die Kugel rausnehmen. Aber auch nur aus diesem Adapter. Wenn ihr wieder mit mehreren Leuten raucht, muss da auch wieder die Kugel rein. Ansonsten hängt da praktisch euer Schlauch dran. Wenn jetzt hier jemand ziehen würde, würde er hier Luft ziehen und hätte dadurch weniger Rauch und weniger Geschmack. Und das will natürlich keiner. Die nächste Frage, die extrem oft gestellt wird, ist, wie oft muss ich meine Pfeife reinigen? Es gibt da nicht die perfekte Antwort drauf. Ich kann euch nur sagen, wie ich es mache. Im Grunde ist eure Pfeife dreckig. Solltet ihr sie sauber machen. Wenn ihr jetzt gerade einen Kopf geraucht habt und ihr macht direkt den nächsten, dann könntet ihr sie sauber machen. Wenn das Wasser ein bisschen Geschmack angenommen hat, kann es den nächsten Kopf leicht geschmacksmäßig verfälschen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade einen Kopf Traube geraucht habe und als nächstes mache ich mir einen Kopf Blaubeere an, dann mache ich nicht immer die Pfeife komplett sauber. Dann wechsle ich auch nicht das Wasser. Dann baue ich mir einen neuen Kopf, klatsche den Kopf da drauf und dann wird weiter geraucht. Ich mache es meistens so, ich rauche meine Pfeife tagsüber, außer ich rauche irgendwas, was sich besonders krass festsetzt. Dann wechsle ich auch mal zwischendrin das Wasser. Passiert aber sehr, sehr selten. Also in der Regel rauche ich einfach einen Tag meine Pfeife, so viele Köpfe, wie ich halt gerade rauche. Und dann abends, am besten, spült ihr die Pfeife einmal durch. Das heißt, ihr kippt das Wasser raus, ihr lasst einmal Wasser von oben durchlaufen, macht ein bisschen Wasser in die Anschlüsse. Ihr könnt auch mit ein bisschen Reinigungsmittel einmal oben ins Tauchrohr rein, also hier oben in den Kopfadapter reinsprühen, dann nochmal Wasser durchlaufen lassen, dann das Ganze abtropfen und wieder hinstellen, abtrocknen, fertig. Und dann so ungefähr einmal die Woche mache ich meine Pfeife gründlicher sauber. Das heißt, ich nehme die wirklich komplett auseinander, mache überall Reinigungsmittel dran. Ihr könnt ganz normal Spüli nehmen. Ihr könnt aber auch so ein spezielles Shisha-Reinigungsmittel kaufen. Das macht aber jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Ist meistens nur ein bisschen einfacher in der Handhabung. Da gibt es dann so Sprühflaschen oder wie man das von so Scheibenreiniger kennt, mit den großen Sprühflaschen. Und macht die dann einmal die Woche komplett gründlich sauber. Das ist aber so ein Ding, da könnt ihr selbst rausfinden, wie es euch beliebt. Mein Tipp ist nur, wartet nicht zu lange mit dem Saubermachen. Je länger ihr wartet, umso schwerer wird es, die Pfeife wieder komplett sauber zu kriegen. So Leute, die Chancen sind groß, dass genau du ein neuer Zuschauer bist. Und nur ungefähr 50% der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. So ein Abo ist für uns YouTuber eine riesengroße Unterstützung. Also würde ich mich mega freuen, wenn du einmal unter dem Video auf den Abonnieren-Button klickst. Der Traum ist, hinter mir an der Wand irgendwann den silbernen Play-Button, den 100.000 Abonnenten-Creator-Award zu bekommen. Also ich würde mich auf jeden Fall riesig über deine Unterstützung freuen, wenn du einmal unten auf Abonnieren drücken würdest. Die nächste Frage ist, wie viel Wasser muss überhaupt in das Shisha? Ich sage immer so, es gibt zwei Möglichkeiten, wie viel Wasser rein muss. Einmal mit Diffusor, also so ein kleines Ding, was unten an dem letzten Stück Tauchrott ranhängt. Da sind dann meistens noch mal ein paar kleinere Löcher drin, anstatt dass ihr einfach nur ein großes habt. Das sorgt dafür, dass die Pfeife weniger laut blubbert oder in manchen Fällen sogar fast gar nicht mehr blubbert. Ist ganz angenehm, wenn man einen Film guckt oder sowas. Wenn ihr einen Diffusor benutzt, dann blubbert das Wasser weniger. Heißt, da ist auch weniger Wasserbewegung. Ergo, wir können auch ein kleines bisschen weniger Wasser nehmen. Da empfehle ich einfach, probiert das mal aus. Aber ich würde sagen, so einen kleinen Fingerbreit über den Diffusor sollte auf jeden Fall reichen. Es gibt Diffusoren, die wirken stärker. Es gibt Diffusoren, die wirken weniger stark. Aber so ungefähr einen kleinen Fingerbreit Wasser und das sollte passen. Wenn ihr jetzt keinen Diffusor dran habt, dann würde ich immer empfehlen, nehmt auf jeden Fall so einen Daumenbreit. Das müssten so Pi mal Daumen, anderthalb, zwei Zentimeter sein. Kommt natürlich auf euren Daumen an. Aber das sollte in der Regel passen. Aber man hört das. Also achtet auf jeden Fall mal auf das Geräusch. Ihr könnt es auch immer einfach ausprobieren. Es gibt zum Beispiel auch Bowls, die komplett schwarz sind, wo man es gar nicht sieht. Da müsst ihr es einfach ausprobieren. Bowls sind auch immer ganz leicht anders geformt. Das kommt darauf an, wie die gefertigt sind. Aber mundgeblasene Bowls sind in der Regel immer leicht unterschiedlich. Das heißt, wenn jetzt jemand eine schwarze Mosebowl hat, dann kann ich leider nicht genau sagen, dass da 175 Milliliter rein müssen. Weil es könnte sein, dass bei der einen Mosebowl 180 Milliliter rein müssen und bei der anderen 160. Das muss man dann einfach ausprobieren. Aber Grundregel mit Diffusor, ein kleiner Finger breit, ohne Diffusor, ein Daumen breit. Die nächste Frage ist, was brauche ich überhaupt alles zum Shisha rauchen? Im Grunde relativ einfach. Wir gehen es nochmal ganz kurz durch. Obviously braucht ihr eine Shisha, ein Schlauch, ein Mundstück, ein Kopf, ein Kopfaufsatz. Das kann eine Smokebox sein, das kann Alufolie sein oder das könnte natürlich auch ein Kamin sein. Je nachdem, wie ihr am liebsten raucht. Für den Anfang ist wahrscheinlich so ein Tonkopf-Kamin oder KS-Apo-Kamin das einfachste. Wenn ihr mich fragt, ich bin absoluter Smokebox-Verfechter. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu krass. Aber ich rauche am liebsten mit Smokebox. Dann würde ich euch das auch empfehlen. Aber schaut da am besten nochmal ein paar andere von meinen Videos. Da gibt es viele gute Videos zu genau dem Thema, welchen Kopf man kaufen sollte, welchen Kopfaufsatz man nehmen sollte und so weiter. Aber ja, einen Kopf, einen Kopfaufsatz braucht ihr auf jeden Fall. Dann braucht ihr natürlich Kohle, etwas zum Kohle anzünden. Meiner Meinung nach solltet ihr euch auf jeden Fall auch am Anfang einen Kohlekorb holen. Ansonsten, keine Ahnung, ihr kauft euch jetzt eine Pfeife, ihr raucht in eurem Zimmer. Es fällt euch eine Kohle runter, weil ihr die mit der Zange tragen musstet. Und dann kriegt ihr direkt eine Schelle von Mama und dann ist die Pfeife wieder weg. Also meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, holt euch einen Kohlekorb und dann passt das besser. Und ansonsten, Wasser sollte eigentlich jeder daheim haben. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, was auf jeden Fall dann noch dazu kommen muss, ist der Tabak, den ihr dann in euren Kopf packt. Ja, dann packt ihr Tabak in euren Kopf, Wasser in eure Bowl, Kohle auf euren Kohleanzünder und danach auf euren Kopf, schließt euren Schlauch, euer Mundstück an, guckt, dass alles dicht ist, dass alles funktioniert und dann kann es auch schon losgehen. Eine Frage, die auch extrem oft kommt, ist, wohin muss ich die Kohle legen? Ich würde sagen, das zeige ich euch gerade einfach mal am Beispiel. Als erstes gucken wir uns da den Kamin an. Ich würde empfehlen, zum Anrauchen die Kohle in die Mitte zu legen. Vielleicht nicht komplett in die Mitte, aber fast komplett in die Mitte. Und wenn ihr dann merkt, das Köpfchen ist langsam an, dann rückt ihr die Kohle ganz an den Rand. Bei einer Smokebox würde ich einfach zwei Kohlen reinpacken, gucken, was passiert. Wenn es zu viel Hitze war, dann würde ich eine Kohle reinlegen, eine auf Kipp legen. Wenn es zu wenig Hitze war, würde ich zwei Kohlen reinlegen und eine noch auf Kipp legen. Und bei Alufolie würde ich das ähnlich machen wie bei dem Kaminaufsatz. Heißt, erst die Kohle ein kleines bisschen mehr in die Mitte und dann, wenn das Köpfchen so langsam läuft, schön weit an den Rand von der Alufolie. Oder, falls ihr noch ein Kaminsieb auf die Alufolie legt, dann dasselbe. Erst ein bisschen in die Mitte zum Anrauchen und dann, wenn es angeraucht ist, ganz zum Rand. Das kann natürlich immer vom Kopfbau abhängen. Je mehr Tabak drin ist, desto weniger Krass müsst ihr wahrscheinlich Hitze geben, weil die Hitze einfach näher am Tabak ist. Da wäre mein Tipp einfach, das müsst ihr ausprobieren. Es ist halt in Anführungszeichen schon eine kleine Wissenschaft, den Kopfbau zu perfektionieren und das Hitzemanagement zu perfektionieren. Und das dann auch aufeinander abzustimmen, das ist leider meistens fast nur Erfahrung. Da müsst ihr einfach gucken, wie baut ihr eure Köpfe und wie müsst ihr dem Kopf dann Hitze geben. Da entwickelt ihr dann über die Zeit auf jeden Fall ein Gefühl für und das wird dann immer besser. Probiert es einfach aus, wenn es kratzt oder drückt oder heiß wird, dann ist es wahrscheinlich zu viel Hitze. Also müsst ihr entweder weniger Kohle drauflegen oder die Kohle weiter zum Randrücken. Wenn es nicht raucht und da nichts kommt, dann ist es wahrscheinlich zu wenig Hitze und dann muss die Hitze entweder mehr werden oder weiter in die Mitte gerückt werden, damit da eben mehr kommt. Aber Tipp, das müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ihr da mal ein paar Köpfe bewusst probiert habt, mit der Hitze zu spielen, dann werdet ihr schon merken, was passiert, wenn ihr verschiedene Sachen macht und dann findet ihr da schon den richtigen Weg für euch selbst. Die viert meistgestellte Frage. Soll ich eine teure Pfeife kaufen? Soll ich eine günstige Pfeife kaufen? Soll ich eine große Pfeife kaufen? Soll ich eine kleine Pfeife kaufen? Soll ich mir eine Steckpfeife kaufen oder eine geschraubte Pfeife kaufen? Und im Grunde kann man bei den letzten Parts der Frage einfach sagen, was euch gefällt. Also ob ihr eine gesteckte oder eine geschraubte holen sollt. Da würde ich einfach gucken, was euch besser gefällt. Das ist Geschmackssache. Das ist wie, soll ich mir ein Auto mit zwei oder mit vier Sitzen holen? Das heißt, da müsst ihr einfach gucken, was ihr haben wollt. Ob ihr eine große Pfeife oder eine kleine Pfeife haben wollt, ist auch egal. Der Mythos, dass eine große Pfeife besser raucht als eine kleine Pfeife, ist auf jeden Fall Bullshit. Wenn überhaupt, rauchen sogar kleine Pfeifen besser, weil der Rauch einen weniger weiten Weg hat, also weniger sich verflüchtigen kann auf dem Weg zu euch in die Lunge. Das ist aber ein absolut minimaler Anteil. Also das wird wahrscheinlich nicht mal sichtbar sein. Das heißt, große als auch kleine Pfeifen rauchen in der Regel gleich viel. Eine teure Pfeife oder eine günstige Pfeife, da müssen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Im Grunde macht es keinen Unterschied, ob ihr euch eine teure oder eine günstige Pfeife holt. Vor allem bei Rauch- und Geschmacksentwicklung. Was mir persönlich aber immer wichtig wäre am Anfang, wäre es eine Edelstahlpfeife zu haben, die eine angenehme Verarbeitung hat und vielleicht schon mit ein bisschen Zubehör kommt oder so, falls es eure erste Pfeife ist. Aber Edelstahl wäre mir besonders wichtig, weil Edelstahl tendenziell ein bisschen weniger Schmutz und Geschmack annimmt als eine Alu-Pfeife. Außerdem hält Edelstahl einfach länger, weil es ein härteres Material ist, wo sich weniger ablösen kann als bei Alu. Günstige Edelstahlpfeifen. Meine Einsteigerempfehlung wäre da immer die MVP 360. Die kriegt man teilweise mit Code SWG10 dann für 72 Euro. Das ist dann halt schon krank. Da kriegt ihr eine Pfeife, Schlauch, Mundstück, Kopf, Kopfaufsatz und eine Zange und eine Schlauchfeder für 72 Euro. Und das ist eine Edelstahlpfeife, die auch noch gescheiten Durchzug hat. Das wäre dann immer so meine Empfehlung, was ihr euch mindestens holen solltet als Einstieg. Die dritt meistgestellte Frage und meiner Meinung nach vielleicht sogar die wichtigste Frage. Wie baue ich einen guten Kopf? Und das ist eine Frage, die kann man definitiv nicht einfach hier in so einem Video beantworten. Da würde ich euch empfehlen. Geht einfach auf YouTube, gebt den Namen von eurem Kopf ein und davor oder dahinter noch Kopfbau. Und dann gibt es bestimmt genug Videos von mir oder auch anderen Shisha-YouTubern, die für genau diesen Kopf ihren persönlichen Kopfbau zeigen. Das könnt ihr dann schon mal versuchen nachzumachen. Das kann klappen, das kann aber auch nicht klappen, weil auf Videos sieht man es immer nicht 100% genau. Aber ihr habt schon mal so eine grobe Vorstellung davon, wie ihr den Kopf bauen sollt. Dann wäre meine Empfehlung darauf basierend, wenn ihr jetzt merkt, oh das ist mir jetzt aber, also ich habe genauso gebaut wie Marvin in diesem Video, aber es ist mir nach einer Viertelstunde verbrannt. Dann wisst ihr, es war entweder zu viel Kontakt vom Tabak, also zu viel Tabak oder es war zu viel Hitze. Also wenn ihr beim ersten Mal gemerkt habt, okay der ist verbrannt, dann müsst ihr beim zweiten Mal entweder ein bisschen niedriger bauen oder ein bisschen weniger Hitze geben. Wenn ihr jetzt genauso gebaut habt wie ich und ihr merkt, fuck da kommt überhaupt kein Rauch, was soll das, dann müsst ihr beim nächsten Mal entweder mehr Tabak nehmen oder mehr Hitze geben. Da ist aber immer meine Empfehlung, guckt euch erst die Videos an und dann darauf basierend weiterarbeiten und selbst rausfinden, was für euch funktioniert. Das heißt mal bewusst rauchen und bewusst gucken, funktioniert es mit mehr Tabak besser, mit weniger Tabak besser, funktioniert es mit Alufolie besser, mit Kamin besser, mit Smokebox besser. Muss ich den Tabak vielleicht ein bisschen mehr andrücken, muss ich den Tabak vielleicht fluffiger bauen und dann werdet ihr schon nach, sagen wir mal drei, vier, fünf Köpfen, solltet ihr in der Regel euren perfekten Kopfball raus haben. Es ist natürlich schade, dass dann vielleicht die ersten zwei, drei Köpfchen nicht so geil sind, wie sie sein könnten, aber so ist das nun mal am Anfang, da muss man einfach ein bisschen reinfinden. Die zweitmeist gestellte Frage und eine, die ihr euch schon fast jetzt selbst beantworten könnt mit dem, was wir in dem Video hatten, ist die Frage, welche Shisha raucht gut? Eine Frage, die jedem erfahrenen Shisha-Raucher kalten Angstschweiß über den Rücken laufen lässt. Das Ding ist Leute, es kommt nicht auf die Pfeife an. Eure Pfeife muss dicht sein und ein gewisses Mindestmaß an Durchzug haben, was eigentlich fast alle halbwegs soliden Pfeifen mittlerweile erfüllen. Nur so ganz alte Kiosk-Pfeifen für 20, 30 Euro, die vielleicht nicht. Aber eigentlich muss eine Pfeife nur dicht sein und ein kleines bisschen Durchzug haben und dann raucht jede Pfeife gleich gut mit einem gleich gut gebauten Kopf. Das heißt, euer Rauch entsteht natürlich nicht in der Pfeife. Das Wasser verdunstet nicht, das Wasser ist nur zum Kühlen da, das filtert auch nicht großartig, also da müsst ihr euch auch keine Illusionen machen. Das Wasser ist nur ein kleines bisschen zum Kühlen da. Man kann auch ohne Wasser rauchen. Probiert das mal aus, es ist nicht schrecklich, es funktioniert. Aber das Ding ist, das Wasser verdunstet nicht. Und wenn das Wasser nicht verdunstet, um Rauch zu entwickeln, dann kann ja weder das Metall, noch der Weg durch die Pfeife, noch der Weg durchs Wasser dafür sorgen, dass auf einmal mehr Rauch kommt. Soweit eigentlich ganz logisch und ich hoffe, ihr habt verstanden, die Pfeife hat nichts mit der Rauchentwicklung zu tun, solange sie dicht ist. Ganz, ganz wichtig. Deswegen große Pfeifen rauchen gut, kleine Pfeifen rauchen gut. Hauptsache, sie ist dicht. Und darauf aufbauend, kommen wir jetzt noch zu der Top 1, die meistgestellte Frage überhaupt, wie bekomme ich viel Rauch? Und ebenfalls bei der Frage, mit den Fragen, die wir eben schon so beantwortet haben, könnt ihr euch eigentlich auch diese schon beantworten. Ihr müsst einen guten Kopf bauen mit ordentlich Hitze. Das heißt, euer Tabak kann eine gewisse Hitze ab. Ihr habt Hitze oben auf eurem Kopf, der Tabak liegt im Kopf. Mit der Hitze erhitzt ihr den Tabak. Der Tabak ist eigentlich nur Trägermedium. Trägermedium von der Molasse und den Aromen. Ihr wollt den Tabak also genau so weit erhitzen, dass er immer das Maximum an Molasse freigeben kann, die dann verdampft oder an Dampf freigeben kann. Ihr wollt aber nie über die Grenze kommen, sodass zu viel verdampft und es dann irgendwie harsch oder kratzig oder angebrannt schmeckt. Das heißt, wie bekomme ich viel Shisha-Rauch? Einen guten Kopf bauen und lernen, wie ihr die Hitze reguliert, sodass ihr dem Tabak immer das Maximum an Hitze gebt, was er abkann, aber auch niemals mehr und im besten Fall auch nicht weniger. Und das ist wieder ein Ding, das kommt mit der Erfahrung. Also nehmt euch die Tipps zu Herzen aus dem Video. Ich hoffe, dass die helfen. Und wenn ihr die dann alle raus habt und ein bisschen Übung habt, dann wird es bei euch auf jeden Fall nicer sein als bestimmt 90% aller Shisha-Bars. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass das Video manchen helfen kann. Und Leute, lasst mir sehr gerne noch ein Abo da für weitere Shisha-Tipps. In diesem Sinne bin ich für heute raus. Ich hoffe, ihr lasst das Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.